Schnellere Abfertigung für die Fahrgäste und Erleichterung für die Schaffner, besonders in den Hauptverkehrszeiten, sollen jetzt Fahrkartenautomaten bringen. Zunächst sind an vier Stellen, und zwar am Innsbrucker Platz, am Nollendorfplatz, am Rathaus Schöneberg und an der See-Ecke Müllerstraße, diese Automaten probeweise aufgestellt worden. Für 1,50 Mark kann man eine Sammelkarte für vier Fachten ziehen. Münzwechsler gibt es allerdings nicht. Man muss Markstück und 50 Pfennigstück bereit haben. Mit den Sammelkarten können auch die für Zeitkarteninhaber reservierten Busse benutzt werden.